Wie ist der Bezirksapostel-Bereich? In der Kirche habe ich immer mal wieder zusätzliche Aufgaben bekommen und der Zahn der Zeit ist ja auch da und man wird nicht jünger, die Zeit läuft, sodass ich schon vor einiger Zeit den Stammapostel gebeten habe, mit ihm darüber gesprochen habe, mir neben dem Bezirksapostelhelfer Misselo, der in Angola tätig ist, das wollen wir mal nicht vergessen, da ist jemand, auch hier zunächst mal im europäischen Bereich einen Bezirksapostelhelfer zur Stammapostel. Diese Seite zu geben. Diesen Wunsch hat der Stammapostel entsprochen. Diesen Wunsch wird er realisieren am 11.12. in Wiesbaden, wenn er den Gottesdienst hält, der auf die Gebietskirche Westdeutschland und ich glaube einige andere Gebiete übertragen wird. Und jetzt. Es ist der Apostel Pöschel. Lieber Apostel, steh mal auf. Apostel Pöschel aus dem Arbeitsbereich oder für den Arbeitsbereich Westdeutschland-Nord zuständig. Er wird zunächst einmal noch auch für den Arbeitsbereich dort zuständig bleiben. Das kann nicht immer so sein. Weiteres werdet ihr noch erfahren. Wir werden gleich sofort, ich denke um 12 Uhr, dazu etwas auf der Webseite einstellen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, gleich geht's los, die Handys werden rausgeholt und da wollt ihr mal gucken. Ich freue mich sehr. Ich denke ihr tut das auch.